Hallo Leute! Willkommen auf ne Runde in Minecraft! Wir spielen heute ein paar Minigames Und da spielen wir Heat & Sieg Ich spiele gerne Heat & Sieg Ich mag Heat & Sieg Das ist ein schönes Spiel Und wir spielen es jetzt Da ist ein Lobby offen Nehmen wir Frozen Furtig eingehen wird es natürlich Jetzt haben wir hier noch ein kleines bisschen Jump & Run Während wir warten Ich weiß nicht ob ich das hochladen tue was ich gerade gemacht habe Vorpunt Ey lasst uns hoch, lasst uns hoch So suchen wir uns mal einen Block aus Ach ja, wir haben ja Eis Stimmt, ich habe ja schon mal einen Block gekauft Halt, gib doch nicht mal einen Stein Gib doch nicht mal einen Stein Ich nehm doch nicht mal einen Stein Ich weiß gerade nicht welche Map es wird Wenn ich jetzt wüsste, dass die Eis mit dran kommt, würde ich das Eisblock nehmen aber Nein, jetzt sagt nicht ich bin Seeker Och, ich krieg ne Macke, Junge Ich will kein Seeker sein Ich möchte Ich will kein Seeker sein Wieso bin ich jetzt nochmal hier da, Junge Wie Seeker Oh Mann Was ist das mit einem Leuten Schlechten PVP Okay, die sind zu doof Junge Die laufen alle hier rum Ok, die sind zu doof Junge Die laufen alle hier rum hier hätte ich Eis genommen, ne Stein hätte ich auch gereicht ihr seht gerade die Tarn sich halt als Blöcke und haben es zu dumm angestellt, weil sie es übereinander stapeln da laufen auch noch zwei rum, hier als Stein ist es echt katastrophal, das habe ich schon mal noch nicht gesehen oh mein kleines Bücher hier ist Eis mir auch gegangen, kommen wir uns den Steinblock da unten ich hasse das Rennen in Minecraft ach Gott, den habe ich gesehen ich habe den schon gesehen, Kollege da schlagen wir mal alles hier da ist einer gut gemacht, Kollege da ist einer da ist einer da ist einer die ganz ehrlich ganz ehrlich ganz ehrlich ok, noch neustich sind versteckt irgendwo wir müssen sie finden und zerstören hier und jetzt hier 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 müssen wirklich alles sein, Blumentöpfe, alles Bücherregale, warte mal ganz kurz Bücherregale die sind irgendwo in der Nähe, weil die können auch so Raufsignale machen die Geekos kriegen sie einen extra Punkt, wenn sie was machen Problem ist erstmal finden da läuft der Eisblock rum nein, du blöde Eisblock ich kann diesen Eisblock nicht sehen Schauen wir mal ein GG und dann gehts weiter Hoffentlich sieht man es wieder Schnell da rein, schnell da rein sind wir drinnen, wir sind drinnen wunderbar Hattie wohnen? dann nehmen wir natürlich den Eisblock Warte Warte, wo auch in dem Eisblock kommt Wunderbar Oh, das war der Scheiß Ich hab's verkackt, ich dachte für eine andere Stage die hab ich verwechselt, verdammt das war's Das hab ich verkackt Das hab ich verkackt Alter, dieser Scheiß Bänkenblock, mach er dich weg das war's ich habe jetzt in der Da läuft eine Melone rum, immer wieder schön. Jetzt können wir die Geräusche machen. Dann dauern die noch, da ist Queer-Down. Da ist ein Schaf und explodiert. Da ist noch ein Sieger, alter was ist denn hier los? Ah, jetzt können wir... Scheiße, da steht einer. Klick schon weiter, da haben wir einen extrem dummen Sieger. Das ist ein Sieger, das ist ein Sieger. Diese Schafe, die mal explodieren. Alter, den Sieger kann es ja voll vergessen. Ja, sieht mich gar nicht, oder? Das ist ein Sieger, das ist ein Sieger. Das ist ein cooles Spiel, Leute. Wir eliminieren den Sieger. Schön. Okay. Okay, Leute, wir gehen auf Open-In-Store. Dann scheint der Sieger so dämlich, dass er nichts kann. Ich habe mich dafür nochmal angestrengt, dass wir ein bisschen kriegen. Jetzt habe ich es geschafft, Junge, jetzt wo es nicht mehr bringt. So, das war eine erfolgreiche Runde, würde ich sagen. Lass uns gleich noch eine dranhängen. Hier sind 13 Mann drinne. Ich bin drinne, wunderbar. Vote... One. Wie geht's aus? Oh, nicht in Space. Space will ich nicht haben. Space hat gewonnen. Ne, 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 gib mir die Werkbank. Gib mir die Werkbank. Warte mal. Space. Plattenspieler. Ne. Wer denn die Werkbank? Wer denn die Werkbank? Komm, ist gut. Ich mag dieses Zimmer hier jetzt alles so riesengroß. Nein. Nicht Sieger, oder? Da. Ah, doch. Kein Glöcker. Dann wird noch losgelöcke gehen. Dann können wir alles nehmen, wie es aussieht. So hoch? Ne. Da. Da. Das ist kein Hinweis. Auf geht's, komm. Gut. Einer wurde schon gefunden. Es sind zwei Siegers. Verdammt. Mal ein paar Gratuspunkte verdienen. So, wie sieht's aus? Zwei sind's, 20 stecken sich noch an. Oh mein Gott. Der Becken wurde eliminiert. Wunder mich nicht, dann ist das schlechteste Block, den man mitnehmen kann. Was sehen wir, die die Map hier schon 50 Jahre gespielt haben? Oh, 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 da draußen. Die wissen genau, was in welchem Haus ist. Oh mein Gott, ich sehe drei Stück. Und der eine kommt direkt auf mich zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja wir müssen noch einen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Scheiße, das hat der Typ gesehen. Das hat der Typ gesehen, aber auch zu blöd hat mich gesehen, oh Gott, oh Gott, vor der sehr gute Scheidung muss ich in den Haustaus stecken, irgendwie kommt die ja nicht rein. Scheiße, das ist zu blöd sein, die Tür aufzumachen. Oh, jetzt ist ein Hidder dabei, jetzt macht er, aua, geil Schlag hier. Okay, ich werde jetzt keine iTunes mehr einsetzen. Ich muss ganz nah an der Nähe sein. Geschafft. Geschafft. Ich wollte sagen, das genügt erst mal, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja. Ja.